Wunderbar, wir haben Gareth rekrutiert und ja, natürlich sind wir alle nicht so begeistert davon, dass wir für Cerberus arbeiten, weil Cerberus einfach sehr menschenzentriert ist, also Martin hat das schon sehr gut formuliert, menschenzentriertes Weltbild, später jetzt gerade nicht, menschenzentriertes Weltbild und wir gehen erstmal in die Mannschaftsquartiere, denn dort müsste Gareth jetzt Stellung bezogen haben, ich glaube dort ist das. So, dann wollen wir mal ganz kurz mit ihm reden und mal schauen, was er so dazu zu sagen hat. Haben Sie gehört? Ach, es wird schon wieder eine Kolonie vermisst. Ferris Fields. Ferris Fields? War dort nicht dein Bruder von Hadley stationiert? Doch, es hat ihn ziemlich schwer getroffen. Gut, traurig, traurig, aber wir haben ja noch ein paar Sachen zu verteilen, fällt mir gerade ein, denn hier zum Beispiel den Ice Brandy. Wie kann ich Ihnen helfen, Commander? Ich habe ein Geschenk für Sie, Frau Doktor. Ferris Ice Brandy? Sie haben wirklich... Danke. Ich habe immer bedauert, die Flasche damals nicht geöffnet zu haben, als ich noch gekonnt hätte. Den Fehler mache ich nicht nochmal. Warum öffnen wir die Flasche nicht hier und jetzt? Nur Sie und ich. Machen Sie die Flasche auf, ich hole Gläser. Ich dachte, Alencos biotische Aktion hätte Jenkins das Kreuz gebrochen. Aber der richtete sich wieder auf und brüllte, das war großartig. Oh, Jenkins. Soldaten wie er haben die Allianz so besonders gemacht. Bei Cerberus fehlt irgendwie diese Begeisterung. Wir erinnern uns dran, Jenkins war der, der in Mass Effect 1 gleich in der allerersten Mission sofort gestorben ist. Denn wir sind mit Jenkins und Alenco zusammen losgezogen nach Eden Prime und Jenkins war sofort Kanonenfutter, bevor irgendwas mit ihm gemacht werden konnte. Mit Ihrer Dienstakte hätten Sie auf jedem Schiff der Allianz anheuern können. Warum sind Sie wirklich weggegangen? Vielleicht geht's weniger ums Weggehen, sondern mehr ums Bleiben. Als Militärärztin behandle ich meistens Leute in ziemlich schlechter Verfassung. Oft sterben sie. Und wenn ich ihnen helfen kann, gehen sie wieder. So oder so. Alle gehen weg. Haben Sie keine Freunde oder Familie? Nein, an Freunden mangelt's mir nicht. Nur an Stabilität. Jeff, Joker wird immer am Wrohlig-Syndrom leiden. Er würde es nie zugeben, aber er braucht meine Hilfe. Und das wird immer so bleiben. Ich wünschte, es wäre anders. Aber traurigerweise ist es nun mal so. Die Behandlung von Joker gibt Ihnen ein bisschen Stabilität. Genau wie dieses Schiff. Obwohl es nur eine Kopie ist. Oder es liegt verdammt noch mal an Ihnen. Shepard. Unser Fels in der Brandung. Wo man sich festklammern und mal tief Luft holen kann. Vielleicht bin ich auch nur betrunken und glücklich. Wäre es denn schlimm, wenn's einmal einfach wäre? Ich trinke darauf, betrunken und glücklich zu sein. Darauf trinke ich auch. Oh, da schwankt die Kamera. Ja, wir können's uns auch einfach mal gut gehen lassen. Warum denn nicht? Und Dr. Chakwas hat sich auch gleich verzogen. Wahrscheinlich ging's ihr dann auch nicht mehr so gut, nachdem man hier ein bisschen getrunken hat. Ach, sie hat sich hier hingelegt. Alles klar. Ja, gleich mal ein Nickerchen auf dem Behandlungsbett. Warum nicht, kann man machen. Ist doch mal schön, einfach mal mit den liebgewonnenen Leuten, die man schon im ersten Teil hatte und die einen hier wieder begleiten, eine ruhige Kugel zu schieben und sich ein Gläschen zu gönnen. Auch wenn ich selbst nicht trinke, aber das ist doch ganz schön. Kommando, die Lebensmittel von Ihnen waren perfekt. Ich schulde Ihnen was. Ich habe bereits mein berühmtes Kalamari-Gumbo zubereitet. Hier, probieren Sie mal. Ehrlich gesagt basiert es auf einem Rezept der Asari. Ich find's ja ein bisschen kannibalistisch, mit den kleinen Tentakelköpfen und so. Aber vom Kochen verstehen die wirklich was. Wie auch immer, nochmals vielen Dank. War wirklich nett von Ihnen. Kein Problem, kein Problem. So, und ihr klagt jetzt hoffentlich nicht mehr über das Essen. Ich habe mir Mühe gegeben, Zeug dran zu schaffen, das ihm helfen kann, gutes Essen zu machen. So, gehen wir mal zum Hauptgefechtsstand, denn dort wartet Garris auf uns. Shepard, brauchen Sie was? Haben Sie mal eine Minute Zeit? Sicher. Ich überprüfe nur gerade die Waffensysteme. Man kann nie vorsichtig genug sein. Ich dachte, ich hätte bei unserem Kampf gegen Saren alle Waffen gesehen, die es in der Galaxie gibt. Bei den Söldnern hat sich das als Irrtum erwiesen. Und jetzt baut Cerberus die Normandy wieder neu, mit ein paar schicken Upgrades. Ich wünschte, wir hätten uns ihnen früher angeschlossen. Sind Sie sicher, dass die Zusammenarbeit mit Cerberus für Sie okay ist? Ich möchte Ihr Urteil nicht in Frage stellen. Nicht, nachdem ich meine Einheit in den Tod getrieben habe. Was hat Ihre Söldnertruppe gemacht? Es klang nicht so, als könnte man Sie anheuern. Sie haben Omega doch gesehen. Voller Krimineller, die auf die Hilflosen einprügeln. Ich habe mein Team gebildet, um zurückzuschlagen. Wir waren keine Söldner. Zumindest hat uns niemand bezahlt. Wir haben Geld gemacht, indem wir Sklavenhändler, Piraten oder Gangs, die zu weit gegangen sind, aus dem Spiel genommen haben. Dann kam es mit den Gangs wohl eher selten zu tieferen Vereinschaften. Drei Söldnergruppen haben sich zusammengetan, um mich zur Strecke zu bringen. Mein Vorgesetzter bei C-Sicherheit wäre bestimmt beeindruckt. Es war ganz einfach. Wir haben ihre Lieferungen überfallen und alle Aktivitäten gestört. Sie empfindlich getroffen, damit sie richtig wütend wurden. Dann griffen sie an und stürmten direkt in unsere gut vorbereitete Todeszone. Kreuzfeuer und Scharfschützen, chirurgisch sauber. Sie hatten nicht den Hauch einer Chance. Das klingt, als wären Sie auch nur eine weitere Gang gewesen. Dann habe ich mich falsch ausgedrückt. Wir haben niemanden erpresst. Keine zivilen Opfer. Das war unsere Regel. Jedes Mitglied meines Teams hatte jemanden durch die Gangs auf Omega verloren. Es ging uns nicht darum, reich zu werden. Wir wollten erreichen, dass diese Schweine es sich zweimal überlegen, bevor sie jemanden auf offener Straße umlegen. Wie kamen Sie dazu, Söldner hier auf Omega zu bekämpfen? Nach der Zerstörung der Normandy gingen die meisten von uns getrennte Wege. C-Sicherheit wollte mich zurück, aber ich habe abgelehnt. Auf Omega gab es jede Menge Kriminelle, mit denen niemand fertig wurde. Und keine Regeln, die mich bremsen konnten. Es war einfach perfekt. Die Leute hier brauchten jemanden, an den sie glauben konnten. Jemanden, der den Verbrechern die Stirn bot. Das erklärt, wie es angefangen hat. Aber wie kamen Sie zu einer eigenen Truppe? Ungefähr so, wie Sie Ihre Truppe für den Kampf gegen Saren formiert haben. Man beweist, dass man was auf dem Kasten hat. Dann kommen die Leute von selbst. Seltener die bereuen. Sicherheitsberater, die es satt haben, die Regeln zu befolgen. Ich habe ihnen Hoffnung gegeben. Und jetzt sind sie tot. Ich hab's ja so drauf. Erzählen Sie mir von Ihrer Einheit. Wir waren zu zwölf. Mich eingeschlossen. Ex-Militär, ex-C-Sicherheit. Das Übliche. Ein Salarianer war unser Sprengexperte. Ich wette, dass er mal bei der Special Task Group war. Mein Tech-Experte war ein Battarianer, ob Sie's glauben oder nicht. Nicht gar da ein freundlicher Kerl. Aber er konnte jedes System hacken, das je gebaut wurde. Wie konnten diese Söldner Ihr Team ausschalten? Es war meine eigene verdammte Schuld. Einer meiner Leute hat mich verraten. Ein Torianer namens Sidonis. Er hat mich weggelockt, kurz bevor die Söldner meine Einheit angegriffen haben. Und ist dann verschwunden. Außer mir sind jetzt alle tot. Wegen ihm. Und weil ich es nicht habe kommen sehen. Sind Sie sicher, dass es Verrat war? Vielleicht haben Sie Sidonis zuerst ausgeschaltet. Nein. Ich habe ein paar alte Kontakte angebohrt. Er hat kurz vor dem Angriff einen Flug von Omega gebucht. Außerdem hat er vorher noch seine Privatkonten leergeräumt. Er hat mich verkauft und ist dann abgehauen. Ich bin nicht sicher, ob ich verstehe, was genau ist passiert. Sidonis hat mich um meine Hilfe bei einem Job gebeten. Als ich am Treffpunkt ankam, war niemand dort. Als ich wieder in unserem Versteck war, hatten die Söldner bis auf zwei Mann meine ganze Einheit umgebracht. Und die hielten dann auch nicht mehr lange durch. Wissen Sie, wo Sidonis jetzt ist? Nein. Seine Spur verliert sich, nachdem er Omega verlassen hat. Aber ich werde ihn weiter jagen. Ich habe mein ganzes Team verloren. Außer Sidonis. Eines Tages werde ich ihn finden. Und dann bringe ich das in Ordnung. Danke, dass Sie vorbeigeschaut haben, Shepard. Ich habe jetzt ein paar Sachen zu erledigen. Okay, haben wir mal ein bisschen mehr über das gelernt, was mit Gareth eigentlich passiert ist und wie er dort hingekommen ist, wo er war. Er hat ja, ja, ursprünglich war er ja eigentlich mal bei C-Sicherheit gewesen im ersten Teil. Und hat da schon gezeigt, dass er unzufrieden mit den üblichen Wegen der Ermittlungen war. Und das war ja dann eigentlich das, weshalb er so froh war, bei Shepard zu landen. Er hat ja selbst sogar mal die Chance, glaube ich, gehabt, Specter zu werden. Und hat es dann sehr genossen, dass er frei die Bösen jagen konnte, sozusagen, ohne sich an alle Gesetze, an alle Regeln halten zu müssen. Also natürlich hat er seinen moralischen Kodex, aber er muss nicht die üblichen Wege gehen, die ein Gesetzeshüter gehen muss, um irgendwelche Verbrecher zu jagen. Und da ist es eigentlich nicht verwunderlich, dass er dann in so eine Richtung abgedriftet ist. Gut, ist ein bisschen nach hinten losgegangen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass er ein schlechter Anführer war. Er war eigentlich ein ziemlich guter Anführer, er wurde halt nur verraten. So, haben wir noch ein bisschen was über die Disruptor-Torpedos hier an Bord gelernt. Und können auch mal E.D. fragen, was das überhaupt für ein Ort ist hier. Um welchen Teil des Schiffes handelt es sich hier? Die Gefechtszentrale. Von hier werden die Geschütze des Schiffs kontrolliert. Die Mitarbeiter im Kampfinformationszentrum schicken ihre Zielangaben hierher. Das K.I.Z. entscheidet, auf wen geschossen wird. Die Gefechtszentrale entscheidet, weh geschossen wird. Kompliziert, kompliziert. Gut, haben wir jetzt auch mal diese Ecke kennengelernt des Schiffs. Also mit den zunehmenden Anzahlen an Crewmitgliedern kommen auch hier die Ecken jetzt langsam und öffnen sich. So, können wir noch mal ein bisschen schauen hier im Anschlussquartier. Gut, das wollen wir immer mal so mitnehmen zwischendurch. Die haben halt kleine Gesprächsfetzen immer. Da hinten ist noch zu. Die Herrentoilette, da ist natürlich niemand. Aber hier müsste Said sein, glaube ich, ne? Ach ne, Kazumi ist hier, okay. Okay, stimmt Said, ist, glaube ich, im Keller. Die Leute reden da draußen. Und ich höre alles. Ja, es gibt einen Unterschied zwischen den DLC-Crewmitgliedern und den normalen Hauptspielcrewmitgliedern. Mit den DLC-Crewmitgliedern kann man nicht direkt reden, sondern das ist immer bloß so ein Gesprächsfetzen, den sie einem dann hinwerfen. Man kommt nicht richtig in Gespräche mit sie, was ich sehr schade finde eigentlich. Ich reise normalerweise versteckt im Laderaum. Es ist schön, wenn man zur Abwechslung mal aus dem Fenster sehen kann. Ja, kann sie hier machen. Wenn dir nicht jemand die Klappe vor der Nase zumacht. Mess Sergeant Gardner könnte durchaus ein teuflisches Genie sein. Betonung auf teuflisch. Das Essen ist in letzter Zeit besser geworden. Aber bis sein Ruf wieder hergestellt ist, wird es wohl noch eine Weile dauern. Du brauchst gar nicht zu reden. Als du aufs Schiff gekommen bist, gab es schon die neue Speise. Die habe ich direkt geholt, nachdem ich dich rekrutiert habe. Ich weiß nicht so recht, was ich mit mir anfangen soll. An Bord eines Schiffes werden selten Diebe gebraucht. Kommen Sie später wieder. Dann habe ich bestimmt mehr Gesprächsstoff. Na klar doch. Das Gemälde hat einen besonderen Platz in meinem Herzen. Ein Kunstsammler hat mich angeheuert, das zu stehlen. Als ich ankam, war das Bild schon weg. Auf dem Weg nach draußen sah ich, wie ein anderer Dieb es wegschaffte. Ich habe ihn verfolgt, umgerannt und mir das Bild gegriffen. So haben Keiji und ich uns kennengelernt. Wir haben es dann nie bei unseren Auftraggebern abgegeben. Aha, daher kennt sie Keiji. Also das war ja der Partner, den sie leider verloren hat. Und ich glaube, die waren nicht bloß Partner, die beiden. Die rote Rose. Das war in meiner Anfangszeit meine Visitenkarte. Immer wenn ich etwas stahl, hinterließ ich am Tatort eine einzelne rote Rose. Erst als ich Keiji kennenlernte, wurde mir klar, wie albern das war. Durch ihn habe ich immer sofort gemerkt, wenn ich gerade mal wieder sentimental wurde. Das habe ich bei einer Mutprobe gestohlen. Wirklich wahr. Ein großes Wandermuseum kam nach Illium. Artefakte von der Erde auf Tournee. Mit perfekter Sicherheitstechnik. Keiji hat mich herausgefordert, die hier zu stehlen. Ich bin also eingebrochen, habe die Security gehackt, ein paar Wachen schlafen geschickt und das Teil durch eine wertlose Fälschung ersetzt. Sie haben den Unterschied nie bemerkt. Mein erster Museumsjob. Mit dem letzten nicht zu vergleichen. Das ist mein Lieblingsstück. Hat ein Wunderkind von Elysium für mich gemalt. Sie war wirklich total süß. Sie wurde von Sklavenhändlern entführt, die sie auf Omega verkaufen wollten. Das konnte ich nicht zulassen. Ich habe mir eine ID als potenzielle Käuferin gebastelt, um eine Führung durch das Schiff der Sklavenhändler zu bekommen. Sobald ich an Bord war, habe ich das Mädchen befreit und sie runtergeschmuggelt. Sie hat das auf dem Rückflug für mich gemalt. Ich werde das Gefühl nie vergessen, ihr dabei zuzusehen. Ja, Kazumi ist schon eine gute. Lachen Sie nicht. Ich mag solche Bücher. Liebesromane, Krimis, die Klassiker. Richtiges Papier in der Hand zu haben, ist etwas Besonderes. Und der Geruch. Sehr entspannt. Keiji hat bei unseren Aufträgen immer Bücher für mich mitgenommen. Manche davon sind wertvoller als die Sachen, die er stehlen sollte. Und das macht sie mir gleich noch viel sympathischer, denn ich mag bibliophile Leute sehr gerne. Und ich glaube, in der Welt ist es einfach üblich, dass alle mit einem E-Book-Reader sozusagen in der Gegend rumrennen, während Bücher, glaube ich, völlig aus der Mode gekommen sind. Ich glaube, das wird nie passieren, dass es wirklich so ist, weil es genug Leute gibt, die es wirklich schätzen, ein Buch in der Hand zu haben, mit richtigen Seiten. Was ist das eigentlich für Geräusche? Ist das ja irgendein Spiel? Ach, das ist das Ding hier, oder? Und deswegen, glaube ich, werden Bücher auch nie aus der Mode kommen. Und ja, also mir geht es auch so. Ich habe auch viel, viel lieber ein Buch in der Hand als so ein E-Book-Reader, auch wenn der natürlich praktisch sein kann, aber ein echtes Buch ist dadurch definitiv gar nicht zu ersetzen. So, hier in dem Zimmer ist auch gleich mit die Bar drin. Das heißt, der Raum ist, glaube ich, nicht völlig neu gestaltet, sondern ich glaube, die Bar gab es auch schon bevor das DLC rausgekommen ist. Ich weiß es aber nicht, weil ich das immer nur mit DLC gespielt habe, das Spiel. So, kippen wir uns mal einen hinter die Binde. Ich glaube, da gibt es später auch Leute, die hier sich besaufen gehen, weil sie mit irgendwas nicht klarkommen. Da weiß ich gar nicht, wo Kazumi dann landet, wenn die hier sind. Na gut, egal. Das war es erstmal für dieses Deck. Hier ist ansonsten nichts mehr. Schauen wir nochmal kurz im Maschinendeck nach. Denn dort haben wir noch zwei weitere Crewmitglieder, die wir bisher noch nicht besucht haben. Da drüben ist momentan noch niemand drin, aber hier ist jemand drin im Steuerberuf-Frachtraum. Und das ist Said. Ich denke gerade über vergangene Missionen nach. Haben Sie kurz Zeit? Sie könnten was lernen. Sie kennen Archangel also von früher? Interessant. Ich kannte viele, die den Auftrag angenommen haben, das Schwein zu töten. Ich hab's nie verstanden. Er und ich, wir hatten dasselbe Ziel. Viele tote Söldner. Aber ein verdammt guter Scharfschütze. Und er hat überlebt, obwohl ihn die ganzen Omega-Söldner gejagt haben. Keine leichte Sache. Ich habe gerade überlegt, wie viele Cerberus-Agenten ich getötet habe. Nach 50 hatte ich keine Lust mehr. Ihr Unbekannter glaubt wohl an Vergebung? Ich sollte sie gehen lassen. Wir unterhalten uns später weiter, Shepard. Also wie gesagt, hier gibt's immer bloß so kleine Fetzen. Wir können übrigens auch mal die Müllpress betätigen. Ach, da drüben. Wie niedlich. Und den Müll entsorgen. Zack, weg ist er. Fliegt er auch wirklich durch den Raum? Ich hab's jetzt gerade gar nicht gesehen. Machen wir gleich nochmal. Komm, einmal den Müll gepresst, einmal rausgefeuert. Plupp. Ach so, er bleibt dann einfach nicht in gepresster Form. Wie niedlich. Ja, warum nicht? Voll mal einfach mal ins Nichts raus, das Zeug. Wunderschön, oder? Habe ich diesem koganischen Warlord Gesag abgenommen? War vor ungefähr 17 Jahren Chef vom Bloodpack auf Omega. War nicht mal ein Job. Der Typ hat sich nur gedacht, er entführt einen Frachter, auf dem ich als Anhalter war. Großer Fehler. Ich hab Gesag zum Kampf Mann gegen Mann provoziert. Hab ihm die Beine weggefegt, mir seine Knarre genommen und jedes einzelne Bloodpack-Schwein umgelegt. Hab noch nie einen so erledigten Koganer gesehen. Den Helm habe ich als Erinnerung an den Gesichtsausdruck aufgehoben. Ja, mit Said ist nicht zu spaßen, also wer sich mit dem anlegt, der muss auch damit rechnen, dass er dran ist. So, hier haben wir auch Überwachungskameras fürs Schiff. Auch ganz schön, erkennt man bloß leider nicht allzu viel drauf, also man kann sich manchmal denken, was das für Räume sind. Aber, ja, ist auch nur so eine kleine Spielerei. Viel gibt's ja also nicht zu tun. Hey, nicht anfassen! Das Gewehr ist älter als Sie. Ich nenne es Jesse. Das ist mein Glücksbringer. Dem Gewehr sind mehr Männer zum Opfer gefallen als dem skylianischen Angriff. Der Tag, an dem ich es in Rente schickte, war der traurigste Tag meines Lebens. Ich würde alle meine Waffen für eine einzige Mission mit dem rostigen alten Ding hergeben. Ich war am Ende, ganz unten, als ich die Knarre gefunden habe. Jesse war die erste Waffe, die ich je in der Hand hielt. Ich hatte sie immer bei mir. Sie hatte nicht viel Wumms, aber war zuverlässig wie sonst was. Hatte schon viel durchgemacht, als sie bei mir gelandet ist. Aber ich musste sie nicht einmal kalibrieren. Verdammt gutes Gewehr. Ich erinnere mich noch an Jesses erstes Opfer. Turianischer Waffenhändler von Omega. Bin damals durch Dreck und Rost gelaufen, um ihn zu jagen. Als ich ihn endlich einholte, war die Knarre fünf Zentimeter tief mit ekligem Schleim überzogen. Aber Jesse wollte den Turianer umlegen. Zwei Schuss. Das war's. So ein sentimentaler Kerl, Mensch. Gut, noch was zu der Waffe. Mit dem Baby habe ich mich durch die ganzen Terminus-Systeme gekämpft. Kam mir fast vor, als wäre Jesse noch versessener aufs Töten als ich. Blutrünstige alte Schlampe. Meinen halben Ruf verdanke ich dieser Waffe hier. Wenn mich jemand gnadenlos nennt, unerbittlich, meint er das Gewehr. Na klar doch, so ein sentimentaler Kerl, Mensch. Ich nehme Jesse nicht mehr mit in die Schlacht. Musste sie vor fünf Jahren in Rente schicken. Ich habe so einen battalionischen Sklaventreiber gejagt. Keine Ahnung, wie er hieß. Ist unwichtig. Hab mich durch hundert Battalioner gekämpft. Und nicht einmal nachgeladen. Jesse hat einfach immer weiter gefeuert. Ich stehe vor dem Sklaventreiber, er muckt auf. Also will ich ihn wegpusten und... Nichts. Das alte Ding hat eine Ladehemmung. Also habe ich ihm das Gesicht mit dem Gewehrkolben zertrümmert. Danach konnte Jesse nicht mehr repariert werden. Da war nichts zu machen. Als wollte sie sich vom vielen Blutvergießen erholen. Das macht sie seitdem. Welch traurige Geschichte. Das ist die Geschichte von Jesse. Gibt es eigentlich noch irgendwas zu dem... Ne, zu dem Helm gibt es sonst nichts mehr. Die Überwachung, okay. Nur, dass wir hier nachher alles mitnehmen, was es hier gibt auch. Ach ja. Das ist ein Modell der Verikan. Turianische Fregatte. Ein tolles Schiff. Ich habe mal eine Mission geleitet, das Ding von innen heraus auszuschalten. Mit nur fünf Männern und ein paar Waffen. Keine Chance auf Erfolg. Aber wir haben es geschafft. Außer mir sind alle gefallen. Hab also ordentlich abgassiert. Meine erste unmögliche Mission als Freiberufler. Hab seitdem viele gehabt. Aber das Gefühl, wie das turianische Schiff auf den Planeten kracht, ist immer noch einmalig. Spitze. Gut, haben wir ein bisschen was über Said gehört. Der ist halt einfach nur ein alter Veteran und hat viele Scheiße mitgemacht. Er ist halt schon immer Söldner gewesen. Ein Söldner durch und durch. Ich habe gerade gehört, dass die Kollektoren die Kolonie Ferris Fields überfallen haben. Sie sind alle fort. Scheiße. Dafür werden diese dreckigen Schweine bezahlen. Sie sind der beste Commander. Wir haben gerade die FBA-Kupplung installiert. Jetzt müssen wir nur noch einmal pro Woche kalibrieren, anstatt jeden Tag. Wir überlegen gerade, ob wir unsere neu gewonnene Freizeit bei einer Partie skellianischen Poker feiern. Wollen Sie einsteigen? Aber Kenneth, der Commander spielt doch mit Mechanikern wie uns nicht Karten. Klingt eigentlich durchaus interessant. Fantastisch. Ich hole die Karten. Mein skylianisches Poker ist etwas eingerostet. Haben Sie Nachsicht mit einem Anfänger, okay? Natürlich, Commander. Ist alles ganz locker. Ja, klar. Sie haben beim skylianischen Poker 500 Credits gewonnen. Super, ich dachte, wir sehen das jetzt. Nachsicht mit dem Anfänger. Ja, wir konnten ja bloß darauf reinfallen. Ich verliere gern, wenn ich dafür sehen kann, wie sie mal eine Nummer kleiner macht. Schlägt mich bei meinem eigenen Spiel? Sie sind in Ordnung, Shepard. Schön, schön. Ich mag die beiden irgendwie. Ich finde es bloß seltsam, dass sie sich siezen, wenn sie sich schon so lange kennen und so eng miteinander befreundet sind. Was können wir für sie tun, Commander? Oh, schade. Ich dachte, wir können auch irgendwas mit denen besprechen. Weitermachen. Jawohl, Commander. Gibt es leider doch nichts. So, das war die kleine Stiftvisite Nummer 2 auf der Normandy. Dann wollen wir mal ganz kurz oben den Kampfanzug wechseln. Ich will nicht mehr mit der Dingens rumlaufen, mit der Proteanerrüstung. Das mache ich aber mal abseits der Aufnahme, weil ich noch nicht weiß, was ich anziehe. Und ich muss sowieso mal eine kleine Pause machen. Also, wir sehen uns gleich wieder. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020